Jo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Genshin Impact Video. Heute beten wir endlich mal wieder, das jetzt mal ist zwar nicht so ultra lange her, aber naja schon wieder einige Wochen auf jeden Fall und ich habe einfach wieder richtig Bock drauf und außerdem kriege ich heute garantiert ein Fünf-Sterne-Objekt und das wird entweder Zhao oder ein anderes. Also ich werde bei Zhao tatsächlich meine Gebete reinballern, weil Shen Ho, wie sie auf Englisch ausgesprochen wird, Shen Ho. Ja, ich weiß nicht, also ich meine als Supporter ist sie wahrscheinlich gar nicht so schlecht, aber ich habe auch noch mal ein bisschen online geschaut und so und sie ist wohl doch einfach nicht so krass und Zhao tatsächlich, also ich persönlich mag ihn nicht so sehr, aber jedes Mal, weil man ihn ausprobieren konnte, guter hatte er natürlich meistens auch seine Waffe quasi und sehr gute Artefakte und so, alles auf Stufe 8 Talente und so. Ich meine, da ist er schon immer so ins rechte Licht gerückt, dass er auch einfach gut ist und wie jeder Charakter im Endeffekt. Ich meine, Shen Ho, als man sie ausprobieren konnte, war auch ziemlich gut, weil sie halt auch entsprechend die richtige Waffe hatte, die richtigen Artefakte und bla bla bla. Aber irgendwie Zhao ist dann glaube ich doch noch ein bisschen besser und außerdem habe ich ja tatsächlich doch nur zwei Damage-Dealer aktuell, also zwei sehr gute. Ich meine, Zhongli theoretisch ist dritten, aber Zhongli habe ich einfach schlecht gebaut, den müsste ich komplett umbauen und dazu fehlt mir einfach das Harz und gut, Zhao kann ich auch nicht ausrüsten, darf man abgesehen, aber ich denke, mit Zhao kann man nichts falsch machen, einfach noch einen Damage-Dealer ins Team holen, dann habe ich nämlich vier und vier ist jetzt nicht so ultra viel, also ich meine, zwei pro Team könnte man schon machen, also von dem her, ja. Aber eventuell kriege ich ihn ja auch gar nicht, also es ist nicht hundertprozentig sicher. Wenn wir uns mal kurz meinen Verlauf angucken, ich weiß, es ist immer langweilig, aber ich glaube, ich bin bei 72. Gucken wir nochmal nach. Also 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 44, 60, 66, 72. Genau. Also bei 72 bin ich gerade. Pity, das heißt 18 Gebete, dann kommt garantiert ein Fünf-Sterne-Objekt, das heißt einfach in der zweiten Zehnerziehung. Ist garantiert ein Fünf-Sterne-Objekt dabei. Genau. Und dazu haben wir aber auch noch zehn Standardgebete. Hier müssen wir jetzt tatsächlich mal nachschauen. Hier habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung, wann da das letzte Fünf-Sterne war. Müsste auch schon ein bisschen her sein auf jeden Fall. Über 30. Ah, hier war es. Das heißt, bei 41 sind wir hier. Also gut, hier kommt auf jeden Fall keins. Aber ich würde auch sagen, damit fangen wir an. Und ihr habt vielleicht gemerkt, ich habe auch nur 27 Schicksal. Also ich hoffe einfach, dass wir jetzt noch ein bisschen Sternenglanz bekommen. Ich kaufe es mir dann einfach. Aber ja, vielleicht kriegen wir auch einfach, weil ich will hier eigentlich hauptsächlich deswegen beten, weil ich auf jeden Fall Yun Jin wiederhaben werde, als Vier-Sterne-Figur. Und natürlich wegen dem garantierten Fünf-Sterne-Pull. Aber dafür brauche ich ja, wie schon gesagt, nur 18 Gebete, beziehungsweise zweimal zehn sind 20. Das heißt, diese drei kaufe ich nur, wenn wir Yun Jin nicht bekommen. Also fünf Sterne ist ja garantiert, dass wir es bekommen. Wenn wir Yun Jin nicht bekommen, dann kaufe ich noch drei, damit wir dreimal machen können. Das Ganze geht auch noch sechs Tage. Aber ich dachte mir, lieber früh als spät ausnahmsweise mal. Und hier beten wir einfach wie immer, hoffen auf Kei Jing. Und die werde ich garantiert nicht bekommen, wie immer. 3, 2, 1, let's go. Augen sind wie immer geschlossen. Ihr müsst immer die Augen zumachen, wenn ihr betet. Wenn ihr wünscht. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum sie das auf Deutsch nicht auch einfach Wünschen genannt haben. Oh, Sakurose ist sehr gut. Nice, nice, nice. Aber es ist nur vier Sterne. Gebt noch mehr. Komm schon. Mindestens zwei Vier-Sterne will ich immer haben. Dann ist es für mich ein guter Roll, auch wenn eben kein Fünf-Sterne dabei ist. Aber gut, Fünf-Sterne ist ja eh ultra selten. Aber zwei Vier-Sterne ist schon desirable. Weil einer ist ja eh garantiert. Also du kannst ja gar nicht schlechter sein als ein Vier-Sterne. Das heißt, ja, schade. Man hofft immer, dass man zumindest zwei bekommt. Aber, wie gesagt, ist nice. Kann man hier direkt auf... Ah, man kann direkt auf... Ist das neu? Oh. Na, Moment. Ich dachte jetzt, ich kann es direkt machen. Deswegen wollte ich schon sagen. Okay, komisch. Ich habe noch nie vorher gesehen, dass da Umwand entsteht. Interessant. Vielleicht neu, vielleicht auch nicht. So, jetzt müssen wir aufpassen. Wobei, den ersten Zehner-Roll könnten wir tatsächlich auch bei Shenha machen, weil es egal ist, wenn wir keinen... Aber, nee, wie gesagt, also wenn, dann will ich schon trotzdem Zhao haben. Das Einzige, was nicht nervig ist, ist, wenn ich wirklich Zhao bekommen sollte, dann habe ich Zhongli trägt eine Lanze oder eine Stangenwaffe. Hu Tao, Stangenwaffe. Zhao, Stangenwaffe. Dann habe ich drei Charakter mit Stangenwaffe. Aber andererseits muss man sagen, Shenha trägt ja auch eine Stangenwaffe. Also von dem her... Aber es ist so stupid. Alle meine Helden brauchen Lanzen, Stangenwaffen, whatever. Ja, es ist einfach zum Kotzen. Und Yunjin auch wieder. Wobei Yunjin ihn nicht benutzen werde, so schnell. Aber, ja. 3, 2, 1, Augen sind zu. Let's go. Wäre natürlich cool, wenn wir jetzt schon einen 5-Sterne-Charakter bekommen würden, weil dann spare ich mir einfach ein bisschen was. Und Yunjin natürlich. Aber, mal schauen. So. Aber Yunjin will ich schon haben, weil Thoma ist, glaube ich, der einzige 4-Sterne-Charakter, den ich bisher nicht bekommen habe. Obwohl ich sogar einige Male gebetet habe. Ich glaube, 60 Mal oder so. Und ich habe ihn nicht bekommen. Oh, nein. Warum, man? Ich bin der einzige Mensch auf dieser Erde, der Kishin nicht hat, Alter. Und der einzige, der sie haben will. Ich habe Chi-Chi noch nicht ein einziges Mal ernsthaft benutzt. Das ist so ein Witz. Es tut mir leid, Mann. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Wieso, Chi-Chi? Wieso? Oh, Mann. Da wäre sogar Jean besser gewesen. Aber Jean hätte ich mich auch aufgeregt. Hey! Immerhin Yunjin noch bekommen. Ein kleiner Trost. Tja, dann müssten wir jetzt eigentlich theoretisch schon wieder aufhören. Dazu habe ich ja schon das, was ich wollte. Ist das meine zweite oder dritte Chi-Chi? Ich glaube, meine zweite erst. Chi-Chi. Sternenbild. Ja, ist die erste. Also die erste doppelte. Stellt Chi-Chi beim Treffen von mit dem Leitbefreiungstalisman markierten Gegner mit Frostbringer. Zwei Punkte Elementarenergie wieder her. Okay. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was das bedeutet. Ich glaube, Leitfreiungsfeier ist ihre Ultimate, ne? Ne, ist das ihre passive? Doch, ne. Befreiung vom Leit. Ne, passt schon. Leitbefreiung. Ne, hat schon gepasst. Ich dachte nur, die Fähigkeit heißt so. Na, Moment. Ähm. Ja. Ich habe sie, wie gesagt, noch nie wirklich benutzt. Also keine Ahnung. Yikes, Mann. Also immerhin bedeutet das, dass ich auf jeden Fall kein Sternenglanz ausgebe. Das heißt, wir können mit dem Sternenglanz gleich was anderes machen. Dann würde ich aber trotzdem sagen, beten wir einfach trotzdem noch zehnmal, weil, ja, jetzt ist ja die Garantie. Jetzt sind wir quasi wieder bei null. Wobei, jetzt ist sogar relevant, wir haben Chi-Chi ganz am Anfang bekommen. Ach so, das wird er noch nicht übertragen. Das dauert ja immer ein bisschen. Ne, Moment. Aber ja, wir haben Chi-Chi doch gleich als zweites oder drittes bekommen. Das heißt, ich muss jetzt schon wieder bei 7, na, Peti, sein, theoretisch. Also, nice. Aber das schaue ich dann nochmal nach, ob das wirklich so ist. Ähm. Ja, dann würde ich sagen, hauen wir einfach nochmal zehn Gebete raus. Äh. Weil Peti ansammeln geht ja immer. Und den Rest hebe ich dann auf, um bei Gun-Yu wahrscheinlich zu rollen. Aber das kommt ja erst in einer Woche raus. Bis dahin kann man ja auch schon wieder ein bisschen Urgestein sammeln. Und 3, 2, 1 Augen sind zu. Let's go. Wäre natürlich heftig, back-to-back nicht garantierte 5-Sterne-Charaktere oder Objekte zu kriegen. Aber das halte ich mal für höchst unwahrscheinlich. Doppelte Yun-Jin wäre natürlich nicht schlecht. Chong-Yun finde ich tatsächlich gar nicht so bad. Den kann man, wenn man Kryo braucht, eigentlich auch ganz gut benutzen. Vielleicht von ihm eine Copy. Das sieht gerade so aus, würde ich gar keine 4-Sterne bekommen. Noch eine Yun-Jin tatsächlich. Damn. Oh, pfff, what the? Haha. Lol. Alter, Triple? Triple Yun-Jin? Damn. Ich meine, hat er eigentlich jetzt nicht wirklich vor, sie zu benutzen. Also ich meine, ich wollte sie einfach erstmal nur haben. Dass, wenn ich sie mal benutzen will, dass ich sie dann halt habe. Das war auch meine 4. Extra-Sack-Roast. Das ist auch geil. Verkürzt die Abklingzeit von Windzehenbeschaffung. Alle 7 Stadlerangriffe oder heftigen Stägerliche-Sack-Roast bei Gegnern erzieht zufällig um 1-7 Sekunden? Wow. Leute, what? Das ist ja ultraheftig. Holy moly. Genau, was haben wir hier? Verkürzt die Abklingzeit von Wolkenöffnung um 18%. Die hat auch eine ziemlich lange Abk... Die hat extrem lange Abklingzeiten. Erhöht nach dem Auslösen von Banner der brechenden Klippen, den mit Standardangriffen... Okay. Ein weiterer Buff. Und erhöht die Stufe der Fähigkeit Banner der brechenden Klippen um 3. Oh. Achso, ne, aber man, ich hatte es ja nur 3 mal. Aber man... Ja, war ich schon wieder ein bisschen... Damn. Okay. Ja, meine 4-Sterne-Charaktere immer ein bisschen gepusht. Direkt die 9. Cool. Das ist echt cool. Alright. Ja, und was ich dann gesagt habe, was wir jetzt noch machen könnten, wäre folgendes. Und zwar kann ich mir eine Schwarzsteinlanze kaufen. Denn die ist aktuell noch im Shop, auch noch 12 Tage. Das heißt, ich kann mir dann wahrscheinlich sogar noch eine kaufen, wenn ich nochmal bete. Weil mir fehlen ja wieder nur 6-Sterne-Glanz. Und damit kann ich dann meine Hu Tao verbessern. Weil Hu Tao benutzt nämlich die Schwarzsteinlanze. Die Schwarzsteinlanze ist auch ziemlich gut für Free-to-Play-Spieler, finde ich persönlich. Oh, hoppla. Denn sie gibt als Second-Stat-Crit-Schaden. Also genauso wie der Staff of Homer. Ist natürlich deutlich schlechter als der Staff of Homer, da braucht man gar nicht drüber reden. Aber der Staff of Homer ist ja auch eine 5-Sterne-Waffe, die extrem schwierig zu bekommen ist. Ist vor allem höher als Grad 1. Und ich bin jetzt hier schon bei Verfeindungsgrad 3 von 5 quasi. Und aktuell erhöht sie den Angriff beim Besiegen von Gegnern 30 Sekunden lang um 18%. Dreifach stapelbar. Also 3 mal 18, 54. Wirkungsdauer jeder Stapelung ist unabhängig. Und nicht nur das, das steht jetzt nicht dabei. Aber die Stapelungen verschwinden nicht, wenn du die Figuren wechselst. Und deswegen ist die Waffe, finde ich persönlich, eine der besten Free-to-Play-Waffen im Spiel. Weil man kann sie sich, wie man gerade gesehen hat, einfach für Sternglanz kaufen. Sternglanz kriegt man eigentlich ziemlich einfach, wenn man einfach lange spielt, lange betet und das immer aufhebt. Und nicht immer nur für neue Gebete raushaut, sondern eben auch mal für die Waffen ausgibt. Lohnt sich nämlich. Und ja, also ich finde es extrem gut. Ich sage nicht, dass es die beste Waffe ist, die man sich holen kann als Free-to-Play. Aber es ist eine sehr gute. Und jetzt erhöht sich dieser Bonus um 3%. Schade finde ich, dass sich diese 30 Sekunden nicht verbessern. Also für jeden Grad nochmal eine Sekunde extra oder so wäre ganz cool. Weil dadurch, dass es ja für jede Stapelung unabhängig ist, wären das dann effektiv 15 Sekunden sozusagen bei drei Stapelungen. Die du dann nochmal extra kriegen würdest. Also bei Grad 5, 5 mal 5 und dann 3 mal 5. Äh, 5 mal 1 und dann 3 mal 5. Äh, genau. Das finde ich ein bisschen schade, aber jetzt ist der Bonus auf jeden Fall bei 21%. Und 3 mal 21% sind wir quasi bei 63%. Vorher 54%, also definitiv schon ein gutes Upgrade. Und auf Stufe 90 ist die Waffe sowieso. Und auf dem letzten Grad wäre es dann 24%. Das heißt 72% Angriff, den man sich da extra holen kann. Und wer Hu Tao kennt, 72% Angriff ist schon ganz schön saftig. Vor allem noch mit den 55% Crit-Schaden. Also Hu Tao ist auf jeden Fall ein absolutes Monster mit dieser Waffe, auch im Free-to-Play-Bereich. Und echt cool. Genau, außerdem sieht die Waffe cool aus. Jo, und dann würde ich sagen, beenden wir das Ganze. War es erfolgreich? Ja, also ich finde es, es ist halt so crazy, dass man halt quasi die ganze Zeit, also man wartet quasi monatelang darauf, um 5-Sterne-Charakter zu kriegen. Und ich finde es einfach ein bisschen schade, dass es einfach Charakter gibt, über die man sich halt überhaupt nicht freuen kann. Und gut, natürlich, wenn man Chichi voll ausrüstet, so wie sie am besten gespielt sein sollte oder gespielt werden sollte und alles reinsteckt, was sie einfach benötigt. Ich meine, dann ist sie wahrscheinlich auch ein ziemlich guter Kryoheld. Aber es gibt halt einfach Charakter, die man persönlich einfach nicht mag. Und es tut halt immer so will, wenn man so einen bekommt. Ja, Jean für mich zum Beispiel auch. Ich meine, ich habe Jean auf Sternenbild 2 oder so. Also ich habe sie schon dreimal bekommen. Und benutze sie einfach überhaupt gar nicht, weil ich den Charakter einfach nicht mag. Ich mag die Fähigkeit nicht so sehr. Und ich habe für sie sozusagen dann einfach keine Verwendung irgendwo, weil ich sie halt nicht so krass pushen will. Weil Charakter pushen durch Artefakte und so weiter und so fort kostet nun mal verdammt viel Ressourcen, verdammt viel Harz. Und entsprechend macht man das halt nur für Charakter, die man auch gerne spielt. Oder ich zumindest als Free-to-Play-Spieler. Und da, ja, wie gesagt, gibt es halt auf jeden Fall einen echten Konflikt, wenn man da den falschen Charakter bekommt, den dann überhaupt zu benutzen. Also ich persönlich kann mich nicht dazu überwinden. Also ich benutze die meisten Charakter, die ich nicht mag, einfach überhaupt nicht. Egal, ob sie vielleicht doch gar nicht so schlecht wären, wenn man sie dann ein bisschen pushen würde. Außer ich brauche sie unbedingt. Ich meine, dann würde ich mich natürlich schon dazu, also wenn ich jetzt unbedingt einen Kryohelden bräuchte oder einen zweiten Animo oder so, dann ja. Aber das ist aktuell zumindest noch nicht so dringend der Fall. Außerdem ist Chi-Chi ja kein so guter Kryoheld. Sie hat auch extrem lange Abklingzeiten. Also wenn man jetzt wirklich Kryofähigkeiten braucht, ist Chi-Chi keine so gute Wahl. Weil da würde man dann eher zu einem Vier-Sterne-Jong-Yoon oder so greifen. Oder Kei-Ya. Auf jeden Fall danke euch fürs Zuschauen und würde mich selber in den Kommentaren abo von euch freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Untertitelung des ZDF, 2020